Hallo und willkommen zu einem Spiel Das ist ein Super Star Wars Wow Scheiße, das Spiel Ich fühl die PS2 auf der PS4 Ja Ich hab Star Wars Battle von Kartu wo so ein gratis Ding da dabei Fuck Okay, das ist es Man kann ein Herz nicht sammeln und mehr ist es nicht Frau, voll seid froh, was die im Hintergrund machen, da ich bin Sausbettel front Ja 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 Irgendwie machte Spürenspaß WollteID frocks das meine Freitamwochen Ja, das tun grad ehm Star Wars Battlefront im Hintergrund spüren Ja, das tun grad ehm Star Wars Battlefront im Hintergrund spüren ha und vor allem als sicher die dritte erst ob sich so die ds ob wie er sagt die die das ist das hat der scheiße der die aufwendung endlich zu spornen fliegt um heiter ist leichte drecksicher da muss auch wohl am jungen die sieben auch wieder für es gleich mal ich finde ihr war noch nie so gut es ist ich will aber noch einmal Aron Star Wars Battlefront mit vollem Rage aus sie kommen bin ist das Spiel irgendwie angenehm. 3 3 3 3 3 3 3 3 L das hat das hat die Worte gedacht als er zumalten die Kalle hat sich die Faktis haben wir darf der die Mieter den Scheißer die Witz aus dort Alter ist klar dass ich gut auf der Autorität geht. Was wer? Was? Sill? Ich hätte nur Sill. Sillig ist... Sillig ist dumm. Na! Scheiße! Ich bin am Ende, ich bin am Ende, ich bin am Ende! Wie? Das kann man ja nicht überleben! Verdammte Scheiße! Das kann man ja nicht überleben! Scheiß kann man ja nicht überleben! Unmöglich, da hier das anzusuchen. Hey, das spawns von der Nosen. Ich bin aufs richtigen Rage. Ich rasch jetzt durch, so wie immer. Einfach durchraschen. So wie immer, das einmal habe ich so gemacht. Der Bastard! Ich bin zu ja irgendwie leicht mit dem PC-Controller. Da droppt's euer Scheiß-Leben! Inke kann man aber die Vögel leben formen. Ist es nützlich. Na, jetzt kommt der Scheiß-Fiecher! Ah, Alter! Im Ernst? Der ist noch nie vor einer Stunde. Jetzt da, jetzt hat's, jetzt sind der im Arsch! Jetzt da! Jetzt da! Jetzt da, jetzt! Jetzt sind alle im Arsch. Jetzt sind die alle im Arsch. Psssssss? Psssss! Psssss! Endlich, wenigstens Fost ausleim Und also, als ob er mich erwischt hat Wo ist der Bude? Als ob, JOKI! Eint ihr mit dem Umdruck hin, wo ist der Dreck? Hey, hey, Merz, Bude! Hey, Aua, Fost geht ab! Was ist da? Hey Hey, ii Ami heute Domi, schau mal das zweite wie es bis da aus Battlefront mal Was ii sonst immer geschafft hab Bei uns geht da in der Rage durch Ja, der Freider! Ich hab mal die ganzen Kings wegstell' Da Hey, was saust du jetzt? Duuuuuh! Hab ich ihr Polen mit dem Slime Oh, was ist das Vögel gekommen? Na! Lass! Lass, lass, lass! Es, ob der Adel spricht Warum kriege ich bitte keine... Leib! Da raus! Verabne! Wieder! Nein, nein, nein! Verabne! Verabne! Jetzt! Merz, du springst! Alter, was ist dieser Scheiß? Kann ich meine Ducks oder? Ich muss einfach nur noch unten ziehen. Jetzt da so, da geht's! So, da geht's! Kein Schatz! Kein Schatz! Ja, jetzt kommen die Vögel! Danke für Ihr Leben! Ja, so geht das Leben wieder voll! So, wie das Leben wieder voll! Hä? Warte! So, das, 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 das... Super! Danke fürs Leben, meine lieben Vögel! So, das, das... stetsche jetzt da es ist ja der zettel da jetzt kommt der scheißbos Was? Boah, keinst mir eine Schnauzen! Es auf! Es auf! Es auf! Die Kau ausschlippen. Was ist das ein bisschen? Hä, ist das überhaupt... Warum ist das Scheiß der Monster da? You kid! Da, da ist es! Da, da! Wie kann es ausweichen, der Scheiß? Der ist so unmerklich zu besiegen, der Scheiße! Ja! Ach! Wisst's was? Ich schnauze euch! Du! Kill mir ab, verdammte Scheiße! Jetzt da! Verdammte Scheiße! Den spüren sie nicht wert! Scheiß Boss Game Over! Ja! Ich würde sagen, das war's! Und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da! Und tschüss! Da bin ich jetzt mal! Dann bin ich jetzt mal! Untertitelung des ZDF, 2020